Was siehst du, wenn du in den Spiegel blickst? Siehst du dich oder siehst du jemand, wie du hast? Kommst du mit dir selbst klauen? Du willst nicht mit dir alleine sein, kommst du mit dir selbst klauen? Deine Gedanken, dein größter Feind ist dein Leben. Verzehrt deine Gedanken die Realität? Ohne verzehrt die Realität deine Gedanken. Und die Gedanken drehen sich im Kreis, sie hören einfach nicht auf. Du willst nicht mehr, du schrittst auf der Stelle und dein Leben geht nicht weiter. Wo fühlt das alles hin? Du kannst nicht mehr und du willst nicht mehr und du fliehst nicht mehr. Du schaffst nicht mehr und rennst davon. Du fliehst vor dir selbst. Aber da kannst du noch. Willst du noch? Denkst du, dass du frei bist? Denkst du, dass du glücklich bist? Nimm deine Maske ab. Hör auf dich vor dir zu verständen. Warum blockierst du dich selbst? Steh auf, steh zu dir, steh zu deinem Weg. Steh auf. Lebe dein Leben. Denkst du, dass du glücklich bist? Denkst du, dass du glücklich bist? Steh auf. Steh auf. деньги Nope. Sterh auf. 000-0-0-0.5-0.5-0.6-0.6-0.5-0.5-0.6-0.6-0.5-0.7-0.6-0.5.3. Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. 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 Das war's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.